schönen guten tag aus dietzenbach wir haben wieder mal herrliches wetter samstag ein kleines parkplatz treffen mit oldtimern und ich zeige euch mal was hier steht morgen sind wir übrigens in gernsheim am rhein und dann wünsche ich euch jetzt viel spaß bei den heutigen video bis dann so 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 So, jetzt wird es Zeit für meine Favoriten, Käfer gucken, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.